Musik Irgendwelche Ratten vermutlich. Hm, große Ratten. Was? Idiot! Idiot! Was willst du, blöder Cowboy, mit dieser hirnlosen Ballerei erreichen, hm? Nix hirnlos. Wollen wir sie etwa nicht mehr umbringen, oder was? Du wurdest am Kopf getreten von einem Pferd, wehr? Und sagt, er hat dein Gehirn mal erlatert, ja? Woher wissen sie davon? Egal, egal. Wir werden warten, bis sie die anderen Stücke geholt hat. Auf diese Weise bekommen wir noch einen schönen Bonus. Gratis. Sie sind ein cleveres Kerlchen, Chef. Im direkten Vergleich auf jeden Fall. Komm, wir verschwinden von diesem Dach. Ich gebe dir einen Milchshake aus. Hey, warum kriegt Lars einen Milchshake und ich nicht? Ich finde das total unfair. Ja, aber es scheint richtig gewesen zu sein. Und es waren wirklich Pierre und Larsen aus dem ersten Teil. Finde ich ziemlich cool. Das ist so ein bisschen Nostalgie-Effekt, aber es war noch nicht das Level-Ende. Das ist der Nachteil daran. Aber egal. Das heißt, wir dürfen noch ein bisschen weitermachen. Wachen. Rennen. Äh. Ja, das war anscheinend nur zur Erfrischung, dass wir wieder aufwachen. Okay. Lara duftet jetzt nach Frühling und wir können endlich weiter. Da. Ich habe immer noch kein Medipack benutzt. Ich bin ein bisschen stolzer auf mich, aber... Oh, daran kann ich mich auch erinnern. Daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Denn... Core Design ist ja auch nicht so doof, ne? Man hat ja den Revolver nicht nur für eine Sache benötigen müssen, sondern auch für diese Sache. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Ich muss nur kurz gucken, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Ich mag übrigens den Aufbau dieser Art... Oh! Nochmal den... Was? Äh... Okay, wir kriegen nochmal einen Laserpointer. Warum? Warum zwei? Muss ich das verstehen? Okay. Oder haben wir den verloren? Nee. Oder? Warte. Wir gucken nach. Nee! Aber wir haben noch einen gefunden. Ah! Okay. Falls... Bestimmt irgend so ein Idiot wie ich den wahrscheinlich den ersten nicht finden sollte. Das ist... Das ist nett. Das ist tatsächlich fair. Jetzt machen wir erstmal das hier. Denn wir müssen gegen die Glocke schießen. Das weiß ich noch. Dadurch hat sich irgendwas aufgemacht. Da weiß ich leider nicht mehr, wo das war. Wir werden da aber finden. Ich denke da oben... Nee! Pack die Mann nicht weg, ne? Wir sind ja hier ein Tomb Raider. Da wäre ich Mann doch nie. Nee! Da oben nicht! Dann da unten! Und da unten bestimmt auch nicht! Und dann weiß ich wieder... Ah! Okay, es hat sich erledigt. Äh... Danke dafür! Okay... Ah! Da hinten ist wieder so ein Greifmaul... Greifmaul? Ich hör doch schon wieder die Fledermäuse! Flatterlinge! Greif da rein! Greif da rein! Greif da rein! Oh! Wir müssen doch ein Medipack nehmen! Oh, ihr Idioten! Oh, ihr scheiß Spästen! Okay! Was hat sich... Ah! Wow! Das waren Reflexe wie ein Oschi! Äh... Okay! Jetzt hier oben! Gut! Oh Gott! Irgendwas sagt mir, dass das... nicht gut ist, wir speichern! Irgendwas macht mir hier Angst an diesem Raum! Vielleicht liegt's an der Musik! Ja! Vielleicht liegt's daran! Okay! Äh... Ja, wir sind immer noch auf den Straßen von Rom! Okay! Jetzt passiert doch irgendwas! Also diese Musik! Diese heimtückische... Musik... Muss ich hier irgendwas machen? Okay! Sieht erstmal nicht danach aus! Da wird sich aber bestimmt was machen lassen! Aha! Ein Hebel! Hebel! Okay! Ziemlich cool gemacht! Aus einem, äh... Raben wurde eine weiße Taube! Wahrscheinlich so sinngemäß sollte das Symbol stehen für... Aus einem hässlichen Entlein wurde ein Schwan oder so! Aus einer Stucki wurde... Ne, andersrum! Aus einer Lava wurde eine Stucki! Ha! Ah! Schön wär's! Okay! Das ist kein Hebel! Das ist keine Tür! Das ist kein Knopf! Ich weiß nicht, was es ist! Eine Kiste! Auch nicht! Nein! Kann ich gegen dich ballern und du wirst zur Taube? Nein! Nein! Müssen wir dort hoch? Das wär möglich! Nee! Das schafft sie nicht, oder? Nee! Die kann hoch springen, aber so hoch auch nicht! Warte! Es gab doch noch einen Gang ganz, ganz, ganz unten! So weit unten wie in der Hölle! Der ist zu! Okay! Haha! Das war doof! Äh... Dann gehen wir nochmal zurück! Warte! Dort links? Da ging's... Wohin ging's? Ach ja! Da hab ich ja diesen Raum geöffnet! Ging's da hoch? Ging's da... Ging's da hoch? Nee! Ha! Verarscher! Warte! Wir müssen irgendwas mit diesem Rahmen machen, dass er zur Taube wird! Anschießen lässt er sich nicht! Ich glaub wir müssen... Wir müssen einen Hebel finden! Hier ist das Gitter! Oh ne! Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Idee! Aber bitte ne! Ich habe Angst, dass es ein scheiß Zeitspiel ist! Ne! Kann gar nicht, oder? Warte mal! Wir können ja die Tür... Machst du den Hebel nochmal hoch? Ne! Dann kann's kein Zeitspiel sein! Okay! Puh! Glück gehabt! Ansonsten wäre das Level für mich unschaffbar! Ha! Warte! Die machen doch nicht wirklich einen Raum ohne... Ja doch! Anscheinend schon! Okay... Ja, äh... Dieses Level hatte mir noch gut gefallen! Hat! Bis jetzt! Anschießen? Mit dem Revolver? Ich... Ich wüsste nicht wieso! Also für mich wird es keinen Sinn ergeben, aber wir probieren's! Nein! Ergibt auch keinen Sinn! Wir müssen wirklich noch einen Hebel finden! Ich hab ja auch, wenn wir mal ehrlich sind, nicht alles durchsucht! Also von daher... Dort oben geht's nicht lang! Das heißt, wir müssen nochmal raus! Aus dieser... Passage! Gehen wir nochmal runter! Ich glaub's zwar nicht, aber... Boah, ne? Die Hoffnung stoppt zuletzt und das ist eigentlich... Ich hab keine Adorruption! Das ist das Problem! Okay... Okay... Ich glaube, es gab noch einen anderen Weg! So, jetzt sind wir wieder hier! Hier war das Wasserbecken! Ich guck nochmal dort, weil ich jetzt nicht glaube, dass es wirklich nur ein Wasserbecken war! Gibt's hier... Die Schwimmsteuerung ist irgendwie anders, irgendwie... Ekelig! Äh... Ist das hier irgendwas? Möchte sie da irgendwas machen? Nein! Keine Tür! Keine Tür! Keine... Okay, es gibt keinen Hebel! Es gibt keine Tür! Kein Item, was ich aufsammeln kann! Ich guck nochmal! Nicht, dass ich was über... Yeah! Nee! Also ist es tatsächlich ein sinnloser Raum! Zum Zeitvertreib, weil das so viel Spaß macht! Macht sich sinnlos, die Zeit zu vertreiben! Ja, es gibt ja keinen anderen Raum! Es muss ja da lang gehen! Oder weiter gehen! Es muss! Okay? Es muss! Und hier ist ein Gitter! Aber das ist zu! Also bringt's mir nichts! Hier ist auch ein Gitter! Ist genauso zu! Es bringt mir also nichts! Nicht! Hier ist... Da will sie auch nichts machen! Also bringt's mir genauso wenig! Bringt's was, wenn ich nochmal die Glocke läute? Nein, wieso? Das hat ja nur den Raum geöffnet! Warum sollte es noch was bringen? Ich verstehe nur nicht diesen zweiten Raum! Da ist ja nichts drin, außer eine Tür! Ich verballere meine scheiß Revolvermonie! Wirklich für sinnlose Spekulationen! Ah! Ja, da drüben gab's ja nichts mehr! Ich guck trotzdem, aber ich glaub's nicht! Das hat ja nur die Tür geöffnet! Richtig, richtig! Gab's hier einen Hebel in der Ecke? Nein! Können wir da nochmal reingreifen? Ja! Meinst du, das bringt's jetzt wirklich? Nein! Glaub ich nicht! Aber ich mache irgendwas, als gar nicht gemacht zu haben! Vielleicht ist das ein Zeitspiel! Rennen! Nee, die ist zu! Und du? Du bist auch zu! Okay! Vielleicht ist aber jetzt die Tür da oben offen! Vielleicht war das immer noch ein Zeitspiel und ich bin einfach zu langsam! Zeitspiele haben mich in diesem Spiel sehr geprägt! Sie haben mir Angst gemacht! Große Angst! Okay! Äh... Die Tür ist zu! Kann sie sie irgendwie so per Hand öffnen? Nein! Wie stellt ihr euch das jetzt vor? Ich weiß es nicht! Habe ich irgendwas im Inventar? Nein! Wie stellt ihr euch das vor? Ich hätte gerne eine Antwort darauf! Muss ich irgendwas mit der Taube machen? Ist das überhaupt eine Taube? Ich weiß nicht! Oh mein Gott! Du Blöder! Okay! Es war doch einfacher als gedacht! Ah! Jetzt ist die Tür offen! Es ergibt da alle seine Seen! Nein! Du musst dir nur die Taube verschieben! Ach klar! Okay! Warum habe ich so wenig erinnert? Warum? Warum sagt mir mein Gehirn, ich soll speichern? Warum hast du ein Gehirn? Das ist die nächste Frage! Ja! Ja! Äh! Ah! Okay! Ich glaube ich muss mich hangeln, oder? Uh! Und da bin ich tot! Ah! Wow! Das war ein Dubstep-Ladebildschirm! Verdammte Scheiße! Alter! Was geht mit dem Ladebildschirm? Okay! Der ist voll auf Techno-Party aus und mir tun davon die Augen weh! Warte! Sie kann doch um die Ecke hangeln! Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Sie kann doch! Nee! Das dauert mir aber zu lang! Aber es ist der sichere Weg! Es ist der sichere Weg! Okay! Oh! Macht sie das nicht! Oh mein Gott! Sie macht das so toll! Oh! Um zwei Ecken sogar! Ne! Um drei Ecken! Es sind drei! Okay! Das dauert ein bissl! Aber wir haben ja Zeit! Wir haben Geduld! Wir haben... Wir sind geduldig! Wir haben... Wir haben... Okay! Kurz ausrasten! Waffen ziehen! Hebel! Okay! Ich nehme einfach mal an, dass wir jetzt diese Taube nochmals drehen müssen! Ich hoffe, du stirbst nicht! Danke dafür! Äh... Wo bin ich? Da! Ja! Okay! Gut! Dann drehen wir die Taube! Bestimmt nach rechts dieses Mal! Wenn die andere nach links! Ah! Sie macht das selbst! Sehr schön! Ah! Du bist so kooperativ! Das macht mich jeier! Ja! Jetzt geht die Tür in der Mitte auf! Und da ist das Artefakt! Ah! Das ist... Das ist... Ach! Das... Wenn es doch immer so funktionieren würde! Bis jetzt mag ich das Spiel tatsächlich sehr gern! Weil es läuft... Überraschung der Weise... Ziemlich gut! Sehr gut! Zu gut! Also wirklich, Lara! Wir sind doch alle gute Freunde hier! Tut mir leid, Ma'am! Wenn du denn jetzt bitte deine Erbsenschleudern da weglegen würdest... Und jetzt bitte den zweiten Stein, Miss Croft! Komm doch her und hol ihn dir! Es ist mir einfach schon zu spät heute für solche Spielchen! Larsson, durchsuch sie! Gründlich! Also in diesem Job kriegt man wirklich die schönsten Aufgaben! Willst du nicht auch die Gesäßtaschen überprüfen? Es langt! Aufhören! Ich habe genug von diesem kindischen Blödsinn! Den Stein, Miss Croft! Wenn du den hier in das Tor steckst, dann wirst du mehr bekommen, als du dir erhofft hast! Glaub mir! Ich! Ich steck ihn rein! Das wäre dann so ziemlich das Dämlichste, was du in deinem Leben gemacht hast! Und das will schließlich was heißen! Ähm... Netter Versuch, Miss Croft! Wie immer! Etwas Geduld! Ich habe euch hier gewarnt! Was ist das? Was haben wir falsch gemacht? Mit eurer üblichen draufgängerischen Ignoranz habt ihr die nächste Torphase eingeleitet! Die nächste Torphase? Wenn ich mich recht entsinne! Das Tor hat sich umgeschaltet! Und wenn es in den nächsten Augenblick nicht zwei Steine bekommt... An deiner Stelle würde ich mir meinen Neandertaler da drüben schnappen und machen, dass ich fortkomme, so schnell die kleinen Beinchen mich tragen! Au revoir, mon cher! Okay, das war ziemlich flippige Sprüche, Miss Croft! Ich denke, wir haben das Level beendet! Oh, ja! Wie wir es einfach nur beendet haben! Na, fast eine Stunde! Okay, das traut! Ähm... Schade, dass keine Statistiken mehr kommen! Aber ich glaube, wir haben ja dafür das hier... Ja! Okay, 43 Minuten! Die kreiste Distanz ist 4,7 Kilometer! 199 Schuss haben wir verballert! Ein Medipack benutzt! Okay, das... ja... hm... hm... Ich weiß gar nicht, wie viel Level das Spiel überhaupt hat! Äh... Ich glaube, ich würd's auch gar nicht wissen! Ist vielleicht auch besser so! Gut! Das große D hat sich erfolgreich durch die Straßen von oben geschlagen! Und... Wird es sich weiterhin durch dieses Spiel schlagen? Ich glaube nicht! Egal! Dann... Sehen wir... äh... 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 In der nächsten Folge von Tomb Raider 5 wieder! 5? Ja! Dann... Tschüss! Tschüss! Tschüss!